Was ist Gas aufdrehen, du Assi? Oh, Katz! Meine Damen und Herren, ich war am Essen. Das geht ja gar nicht. Was ist denn da drin in deinem Essen? Erklär'n wir. Erklär'n wir. Fetscher, Nudeln und zwei Silopteffel. Ich schmeck' nix. Das ist das Geld drauf, das ich schon vernichtet hab. Ich hab' wieder rausgespeist. Geil, du bist ja richtig stark, okay? Ja. Schaut mal, ich schwitzt dir, Junge. Wie lange das nicht?